Jakob Karl Heinrich Wilhelm Tietke war ein deutscher Schauspieler. Leben er war der Sohn des Autors Karl Ferdinand Tietke und seiner Frau Therese, geborene Lindemann. Sein Vater war Mitarbeiter an den Zeitschriften Kladderadatsch und Fliegende Blätter. Tietke erhielt seine schauspielerische Ausbildung nach dem Besuch des Kölnischen Gymnasium an der Marisebachschule des Königlichen Schauspielhauses in Berlin. Er gab dort sein Debüt 1899 als Cato in Julius Cäsar und gehörte bis 1905 zum Ensemble des Preußischen Hoftheaters. Von 1905 bis 1913 wirkte er unter Max Reinhardt am Deutschen Theater, 1913 spielte er am Deutschen Künstlertheater Sozietät. Dann ging er an das Lessing-Theater und wirkte von 1915 bis 1918 am Burgtheater in Wien. Bis 1925 gastierte er an verschiedenen Berliner Bühnen und gehörte von 1933 bis 1945 zum Ensemble der Berliner Volksbühne. In der Zeit des Nationalsozialismus war er Präsidialbeirat im NS-Führerkorps Kameradschaft der deutschen Künstler. Tietke verkörperte bedeutende Theaterfiguren wie Iago in Othello, Mephisto in Faust und Franz Mohr in Die Räuber. Erfolgreich war er auch als Theobald Maske in Die Hose, als Dorfrichter Adam in Der zerbrochene Krug, in der Rolle des Falstaff in Den lustigen Weibern von Windsor oder als Strese in Der Raub der Sabinerinnen. Schon 1907 war Tietke zum neuen Medium Film gekommen. Nach Ende des Ersten Weltkrieges arbeitete er für die Eva-Film. Der imposante Schauspieler wurde beim Film meist in eher komischen oder bizarren Rollen eingesetzt. Häufig kooperierte er mit Ernst Lubitsch. Ab 1938 erschien er auch in einigen Propagandafilmen von Veit Haaland, mit dem er befreundet war. 1940 wirkte er in dem antisemitischen Film Jud Süß mit. Zuletzt wurde er mit typischen Großvaterrollen besetzt. Insgesamt wirkte Tietke bei etwa 600 Filmen mit, darunter 71 Filmen in der NS-Zeit. In der Endphase des Zweiten Weltkriegs nahm ihn Josef Goebbels im August 1944 in die gottbegnadeten Liste der Schauspieler auf, die er für seine Propagandafilme brauchte, was Tietke von einem Kriegseinsatz, auch an der Heimatfront, befreite. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges gründete Tietke zusammen mit Schauspielerkollegen die Künstlergemeinschaft Bad Ischl, und tourte damit zwei Jahre lang durch Österreich. In den 1950er Jahren agierte er unter anderem in München, Berlin und bei Willi Mertens Amtalia Theater in Hamburg. 1955 wurde er nach seinem Auftritt als Theodosius in Cäsar und Kleopatra von George Bernard Shaw am Schiller Theater in Berlin mit dem Steckkreuz des Bundesverdienstordens ausgezeichnet. Tietke war ein Freund und Förderer des Theaterkritikers und Publizisten Siegfried Jakobsson. Bis in die 1950er Jahre wirkte er als Hörspielsprecher und im Kabarett bei Rundfunksendungen mit, insbesondere für den Rias und den NWDR. Er war mit der Balletttänzerin Ingrid Petersen verheiratet. Sein Nachlass befindet sich in der Berliner Staatsbibliothek. Seine unveröffentlicht gebliebenen Memoiren tragen den Titel Aufrichtigkeiten eines ermüdeten Lügners. Jakob Tietke starb, nur eine Woche nach seinem 85. Geburtstag, am 30. Juni 1960 in seinem Haus in Berlin-Klado. Sein Grab befindet sich auf dem landeseigenen Friedhof Herrstraße in Berlin-Westend. . . . Vielen Dank.